jungen freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen video hier auf meinem kanal und ja leute heute spielen wir mal vorteil mit meinen guten freund leon ja leute wer gestern den stream gesehen hat ich habe gestern auch hier auf den kanal hier meinen ersten leistigen gemacht ist mega gut geworden ich habe ihn jetzt auch hochgeladen das heißt wenn wenn ihn einer mal sehen möchte in der beschreibung guckt einfach rein ich verlinke ihn da und ja und da haben wir auch gestern mit leon gespielt und das war echt mega nice ok leute und ich würde sagen wir sehen uns jetzt in der ersten runde lego ok leute wir sind jetzt in der ersten runde und ich würde sagen wegen 20 cent und ja leute wie ihr auch gerade hier seht ich bin heute auf tastatur weil das video heißt wir spielen auf dazu probieren epischen sieg zu holen und ja ich hoffe wir holen heute hier jetzt tastatur einen epischen sieg ja also auch in der beschreibung und die segen abchecken alle leute ich schwöre ich bin so schlecht eigentlich auf maus und tastatur so bauen nicht so gut ja so ja so ich bin auch ein ganz neues ja so hier hinten bei den wohnwagen war jetzt vielleicht nicht so der beste Sport um zu looten auch hier auch bei mir hat gegner überhaupt kein bock habe ihn let's go ja er ist der külseger der verfahren ja aber mir kommt da noch einer ja ich hatte verhören ich hatte verhören ja das hört mich auch danke dafür nachher leute ich hoffe dass ich gar nicht gut ja schade leute ja ich dachte ja erster runde auf dass du übelst cringe aber leute ich würde sagen wir lassen uns gar nicht davon abhalten wir gehen direkt in die nächste runde leggo ok leute wir sind jetzt hier in der zweiten runde angekommen und ja leute die erste runde hat ja nicht so gut geklappt aber ja das lag auch wahrscheinlich daran weil wir direkt in einer großen stadt es wird die sense gelandet sind aber ja der leon hatte eine super idee wir landen jetzt erst etwas abgelegen hier neben miss die meadows ja im großen haus land mir jetzt erstmal dann gehen wir richtung start und danach direkt zum ist die meadows und dann denke ich auch nicht ja ok da ist einer ja ich war nur eine papp kann dass wir natürlich gut im tankern auf der zertur ist eigentlich sehr gut munition die anspray waffe wir gehen gleich weiter ich liebe die berühmung im Nice! Hab ihn! Halt auf, das ist noch irgendeiner! Perfekt! Okay, Leute! Zwei Kills! Wenn wir noch alles kaputt machen! Ist hier noch irgendwas? Oh ja, ne Muni-Kiste! Ja! Wo? Wo? Äh, ja! Na, das war ich! Keine gute Idee! Brennt jetzt alles! Oh, hier ist noch mal! Guck mal auf! Hä! Wow! Das war knapp! Komm, lass uns jetzt rausgehen! Oh, Moment, hier liegt noch was zum Bauen! Ich guck grad mal, wie Meter drin bis zur Zone sind! Oh, da ist ein Verteiler-Ding! Oh, da ist ein Verteiler-Ding! Ah ja, es ist! Okay! Ja, Leute, wie gesagt, ich bin halt einfach auf die Idee gekommen, Maustastatur zumal so ein Tutorial zu machen, weil viele haben halt, weil viele von mir, die Freunde haben halt gesagt, spielst du eigentlich auf Playstation oder auf R-R-E-T-Tour? Nein! Ich gehe in den R... Ne, obwohl nicht in den Riss. Ja. Ich sag auch noch was irgendwie looter oder so. Oh! Wir werden angeschossen. Was? was ohne xp Münze die gönnt man sich doch direkt geht das tut zum Riss oder obwohl ein Punkt da hinten ist auch gut gut ich habe es nur in Pioner Pistole wenn wir hier runter springen, dann sind wir ja warum muss ich lieber noch irgendwo Waffen oder so, da hinten zum Haus zum Beispiel ich würde gehen jetzt hier zum Haus Leute pass auf, da hinten sind Gegner ich habe keine Pumgern und so das regt mich gerade so auf oder keine AK müssen wir schaffen da ist nix p münze ja ich guck mal für dich ob es oben eine Pumgern ist ich kann das vielleicht mal annehmen meine MP äh, boah der Pumgern ja das nennt man Mark das nennt man Mark k ok so kommt ja ab im Rippens ich habe die geheimbrach ja ok 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 wir sind in der Saison nice nice musst du hier looten ja oh nice ich komme direkt die Markiert man auch so ja ja ich will das weiterverfluchen und vermissen da oben sind wir da da kommt ich krieg das noch hin ja ja okay ja u k u 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 ja richtig weil keine ahnung meine ganzen freunde machen videos so das ist voll komisch total hat er einen kuh verlinke ich auch meine beschreibung der macht auch jetzt hat er gesagt zwei drei videos also ich probiere auch noch schnell rein zu gehen ich habe es nicht das war richtig schnell ganze waffen gold sprüchte ich jetzt noch mehr okay ich komme also da kommt noch einer habe ihn noch einer ach leute so schaffen wir das ja nicht ok platzierung 11 ist gar nicht so schlecht wir machen wir uns also zu spieler der das gar nicht kann ich würde sagen wir sind es noch mal in der nächsten runde leggo ok leute wir sind jetzt hier in der dritten oder vierten runde angekommen ich glaube das war die dritte in der dritten runde angekommen leute und ja wir landen einfach noch mal hier weil wir uns gedacht haben doch eben kann es ja eigentlich ganz gut geklappt wo wir hier gelandet sind deswegen landen wir einfach noch mal oh nice diga ja ja alles gut hier landet eh keiner ist hier ist überhaupt keiner lol diese musik so laut an ich habe schon welche welche kann was du dann welche farbe ach so graue ich habe eine grüne auch beim ersten gegner könnte vielleicht klappen zwei sogar oh mein gott weil du drückt mir die daumen dass ich es jetzt schaffe ich habe den anderen ja so geht die runde doch schon mal sehr gut los die leute die jetzt sagen hey du spielst doch gar nicht auf außen hast du leute ihr könnt rechts da sehen wie ich baue ihr könnt auch sehen hier mit welches die waffen wechsel mit 1 2 3 4 5 und 6 ich habe gerade nicht schön viele metz ich komme hinterher ich habe genug metz erst mal 182 holz und 40 eisen also nicht so viel aber für das erste reich ist es mal wie so viel baue ich ja eh nicht seiner ich habe medik ich könnte sie gebrauchen danke kannst du mich kurz einbauen danke du hast du was kam kann und mp money für mich oder das in echte freunde echte teamarbeit die zone kommt in drei minuten 25 sekunden das ist mir auch eben passiert das ist so abfackend äh könntest du die boogiebombs ne äh den medik ne boogiebombs ne gut äh bitteschön jahre strich du bist damit besser eingehen hier ein kurzer einblick leute wie er versucht hat ihn zu holen ja ach ja gut ob es geklappt hat sieht er selbst ja in den maul von diesem stark und in den schlenk mit füßen und noch schneiden egal let's go rein wohin ja kannst du mal sohn sohn ist immer gut ne folg mir folg mir bitte ok ich glaub so weit komm ich nicht mehr ne 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 hier hinten komm ich noch hin ne hier hinten komm ich noch hin ne hier hinten können wir uns weg ah und noch das haus ne 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 das kann sein ne po da ist dieatic taxe scheiße ich bin hier habe ich muss ja auch weg hier ist hier was ist hier scheiße wo ist hier wasser boot let's go ja man muss nein falsch ich mach mal der bus ja wenn ich wissen würde wie man dings da machen könnte fuß also okay jetzt weiß ich nein ich komme zu dir habe ich habe noch einer habe ihn let's go das ist doch eigentlich schon am anfang ganz gut ja moment ich mach kurz schnell so ok moment schuld das boot hier wieder jetzt weiß ich wie man bewusst macht okay okay von wo denn von da falsch ja let's go alter er kommt mit der epischen pumpgang wahrscheinlich und gibt mir direkt den übelsten hitz seines lebens wahrscheinlich das gibt es nicht leute es ist echt nicht so easy leute es sieht vielleicht einfach aus aber wenn man selbst spielt dann denkt man sich auch nur ach du kacke ich habe auch immer wo mein freund in kreativ 1 gegen 1 immer so gemacht haben hat auch mal auf maus das so gespielt und er konnte das eigentlich ja so auch so mittel wie ich es gerade macht und er das ganz so einfach ist so her das ist voll einfach so ich habe mir selbst das so zu gekauft ja okay also ja aber ich würde sagen würde wir sehen uns jetzt noch mal in einer runde in der nächsten runde let's go okay leute wir sind jetzt hier in der vierten oder fünften runde angekommen und ja leute ich bin einfach wieder zu dumm zu zählen egal heute ich würde sagen ja das ist jetzt die nächste runde die wir spielen ich hoffe jetzt zu mir nebchen sieht die anderen zwei bis drei runden da ist ja nicht so gut aus ja aber wie gesagt es ist auch gar nicht so einfach so wie ihr seht wir haben noch mal hier unsere skin kombi einmal komplett gewechselt und ja und der leon hat sturm in genau nice landet ja wirklich keiner noch ein gegner ja okay einen den klappen gewischt und easy wo ist ein sniper willst du sniper muni auch direkt am start ach digga jetzt mal da auge hier aber guck mal wo bist du da bist du das ist das ist das ist das ist habe ihn auch nie ppt aber pump auch? ja, pump. nice. hast du was pumpbunny? wow. no flags an dieser stelle. hast du was pumpbunny vielleicht? na, ist danke. nein, kein mini. ich nehme mal verbände mit. warte, komm her, ich hab doch jetzt wieder mini gefangen. danke. wie viel mini hast du? äh, zwölf. ich hab nur was reden, ich hab neun. okay, im moment, äh, ja, kann ich. ähm, malo, wie gibt man denn? nein, ich wollte nicht meine ganze geben. das hab ich gar nichts mehr. ich bin zu blöd zum teil, ey. jetzt hab ich nur ein. gut. komisch, ey, jetzt geb ich hier alles auf einmal. äh, ja, ich nehm nur noch das hier mit. oh Gott. das hat's geschlagen. okay, wir werden los. ab in die saun. ab in die saun. ab in die saun. ja, sehr viel. ja, weil ich hab mir auch einfach mal gesagt, wir machen mal so ein reaction video, wo wir paar leute reaction, unsere freunde und so. ja wir nehmen das auch noch heute darauf wie gesagt heute ist der aufnehmen tag heute machen wir aufnehmen nein ich habe auf maus der tastatur kraften schichten pingen aber wenn ich so laufe ist das eigentlich ganz normal hier ist frisch gebaut ich komme gar nicht damit aus nachher das video sie ist oder war ich auch immer hochladen leute habt ihr das gerade gesehen hier leute noch mal für euch ins in zeitlupe let's go leute war das ist ein kranker schottiger alter schwede mein gott hat das kopf geleckt hat du noch nicht da unten einer da unten ist er noch ich habe ihn 105er des afkar schade ich krieg den ich krieg den ich will den kriegen moment warte ich will den kurz neiten moment ich habe den jetzt ja ja nein bin ich etwas besser kommt dann auch das ist auch eine sniper sniper immer mal mich auch ich bringe nur kurz mal etwas immer da unten ist ein gegner das könnte eine runde werden ganz ehrlich das könnte eine runde werden 0 19 gegner noch leute 19 gegner leben das könnte eine richtig geile runde werden das müsst ihr leider selbst gucken nein jetzt liegt hier eine profi angel das gibt es nicht hä brä ich habe eine pampel in blau ich habe eine pampel in blau ist irgendwo eine heli die heli guck mal sie sind nicht nichts besonderes ist noch eine drohe ich mach sie schnell auf oh hier granaten sie mitnehmen vielleicht können wir nachher im endkampf wenn die bauern alle reinschmeißen ich stand hier immer macht flosse obwohl nie 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 doch doch flosse da oben ist ein gegner gelandet das ist musste unten so kommt kommt guten morgen hab ich Alter, ich hab ihn ja Ebel-Tops genommen, Digga Habt ihr das krank gesehen? Ich muss sogar direkt nochmal nachdenken So Oh, Argo, man Aufpassen Oh mein Gott Das hab ich gebraucht Leute, wir haben die Übel, ja Digga, die nehm ich mit Wir haben den übel Pass auf, hier kommt noch einer Pass auf, da hinten Schade 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 Lega Leute Das ist die beste Runde Das ist die Runde Das ist ist die Runde des Lebens Kommt draußen, komm irregular, bitte intelligence Legendär Oder oben ist eine Münze, die hole ich mich dann ab. Oh, pass auf! Einer snipe! Noch ne, Stufe. Wer snipe denn hier? Ich hab den Heldtück gedrückt! Hab ihn? Leute, ihr seht, ich spiel immer noch auf, äh, Mausentastatur. Es ist wirklich kein Fake. Das sind die letzten zwei, die da oben sich verkämpfen. Ja, Leute! Das ist doch was! Das ist es doch! Ja, Mann! Leute, das ist die Runde! Das ist die Runde! Leute, also, ihr seht, es ist nicht unmöglich, auch wenn man Anfänger ist. Man kann es schaffen, wenn man etwas, ja, nicht so gute Gegner hat. Aber ich mein, die waren jetzt auch nicht schlecht. Aber, naja, Leute, das soll's mit dem Video gewesen sein. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, ja, checkt die Beschreibung ab. Da sind meine ganzen Freunde links des Videos und Kanal drinne. Und, ja, ich würd's dir sagen, bis zum nächsten Video oder Livestream. Ciao! 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 Ciao!